Äh, was ist denn das hier? Woolli, 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 woolli! Arikard, was ist los? Hast du ihn gesehen? Was denn? Hast du ihn gesehen? Nein! Äh, worüber haben wir nochmal geredet? Worüber haben wir nochmal geredet? Weiß ich nicht! Oh, Mann, ey! Ich glaub, ich hab den Faden verloren! Hier hast du ihn doch! Oh, dankeschön! Gerne, aber ist dir eigentlich auch so kalt? Ne, warum? Ich bin doch immer an dieser Ecke hier. Da sind ja 90 Grad. Ah, der war so unlustig, sag ich dir ehrlich. Wie, der war unlustig? Bist du verrückt? Warte. Jetzt schon. Jetzt komm aber mal runter. Okay.